Hallo liebe Leute, wir sind wieder zurück, der Andi, Phil und ich mit meiner weiteren Hallo, 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 wie geht's euch, seid ihr immer noch fit, seid ihr immer noch gut drauf, ja, Feuer brennt, ganz genau, das Feuer brennt in meinem Herzen, ich bin sehr gut, motiviert, ich weiß nicht für was, ne, also perfekt, besser kann's nicht sein, kann nur schlechter werden. Toll, 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 ganz toll, ganz toll, ganz toll, super toll, ganz, ganz toll, wirklich, ganz toll, ganz toll, naja, wir hatten zuletzt mal in einer Top 5 Filme, die eine Fortsetzung verdient hätten, aufgestellt, heute sprechen wir mal darüber, wie das so ist, wenn die Fortsetzung sogar noch besser ist als der Originalfilm, das heißt Top 5 Fortsetzung, die besser waren als der erste Teil. Und eine ganz schöne Herausforderung, muss ich sagen. Eine ganz schöne Herausforderung, ja. Weil, dass das, also da sind ja zwei Kriterien mit drin, die zugleich zutreffen müssen, erst mal muss man ja von einem Film grundsätzlich überzeugt sein, dass man sagt, also hier, da, der, 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 der hat eine, also den mag ich, den finde ich gut, den finde ich empfehlenswert und dann muss es ja auch noch eine Fortsetzung sein und die muss auch noch besser sein quasi als der erste Teil oder die Vorgängerteile, je nachdem. Ja, eben, genau, ja, Moment, ja, da sind wir hier gerade die Spitzfindigkeit nochmal, ne. Ah, als der erste Teil, oh, ich muss meine Liste überarbeiten, tatsächlich, scheiße. Ja, wobei, ich sag mal so, egal. Oh, 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 oh mein Gott. Für mehr Toleranz. Komm, ich bin heute gut drauf. Jawohl, fünfe gerade. Ja, nee, weil, also, also eigentlich ja, besser, also Fortsetzungen, die besser sind als der erste Teil, wobei, wenn jetzt der vierte Teil von irgendwas halt richtig geil ist und alle vorhergesehenen Teile in den Schatten stellt, ja, komm, also ich muss als Vorwort schon mal sagen, ich bin schon froh, wenn der zweite Teil qualitativ so gut ist wie der erste, also ich erwarte gar nicht, dass die besser sind. Oh, nein, das wird ja eine spannende Liste. Aber Andi, Andi, pass auf, so hinter vorgehaltener Hand, Micha hört uns ja gerade nicht, der hat doch selber bei sich, der hat ja selber was bei sich in der Liste, ja, der hat irgendwie so den dritten Teil in den vierten Teil, der schummelt sich seine eigenen Regeln gerade zurecht. Genau, ganz genau. Der macht sich die Welt, wie sie... Ach so, ach so meinst du, ah, hallo? Ah, Micha, da bist du ja wieder. Ja, da bin ich, hallo. Ach, nee, war gerade voll die Unterbrechung. Ja, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Total komisch, ey, ja, ja. Ähm, ja, nee, ich hab, ich hab, äh... Na, siehst du, siehst du, siehst du? Ah, da wurden die Regeln gebeugt, ich merke. Nee, 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 ja, gut, nee, komm, dann machen wir das gerne so, nee, es muss ein Zweiter Teil sein. Nein, jetzt, nein. Ja, ja, äh, äh, ja. Scheiße. Siehst du, ja, äh, kann ich auch. Ja, äh, ja, okay. Okay, dann fange ich einfach an. Ja, mach mal. Ja, okay. Gut. Bei mir auf Platz eins... Das wird so ne... Ich merke schon, diese Liste wird wahnsinnig low hanging fruit, aber ich lasse jetzt einfach. Toy Story... Welchen? Zwei. Ah, ich bin ja schon mal froh. Natürlich. Ja, also der zweite ist deutlich besser als der erste und dementsprechend ist Toy Story 1 bzw. Toy Story 2 als dann die bessere Fortsetzung ist bei mir meine Nummer 1 Ist einfach runder, Story macht irgendwie mehr Spaß Jetzt bin ich ein bisschen in die Ecke gedrängt Ich muss tatsächlich mal fragen Im Zweifel drängel ich mich jetzt gerade vor in der Reihenfolge Darf ich Toy Story 3 nennen? Nee Denn für mich ist kein zweiter Teil Nein, nein, nein Gerade eben war noch egal Gerade eben war noch egal Ja, jetzt nicht mehr Mir nicht Oh, guck mal an die Heute bin ich hier mal der Schiedsrichter Ja, gut, okay Aber dann trotz alledem reingeworfen Ja, Toy Story 2 ist besser als Toy Story 1 Aber Toy Story 3 ist immer noch besser als die zweite Eime davor Nee Natürlich Okay, trotzdem bist du jetzt dran Okay Okay, gut Dann schmeiße ich aber auch einen Animationsfilm hinein Ich fand die Unglaublichen 2 deutlich besser als den ersten Teil Also The Incredibles heißt der ja im Original Gefiel mir im zweiten Teil deutlich besser weil er ein Stück ernst Weil er ein Stück ernster war Also da geht es ja darum dass, ich weiß gar nicht wie heißt der Hauptakteur da nochmal ähm Mr. Incredible natürlich Mr. Incredible selber der war ja im ersten Teil der Master of Disaster und hat die Welt bewegt und so etwas und im zweiten Teil ist er auf einmal nicht mehr cool das heißt es geht irgendwie so um den Fall äh um den bodenlosen Fall eines Superhelden der quasi nur durch also seine Existenz daran festhielt dass er von allen gelobt wird also der Film ist da ein bisschen ernster und er ist halt er nutzt hier Baby Incredible aus was einen unfassbaren Unterhaltungsfaktor hat ähm ja und deswegen finde ich den zweiten Teil deutlich besser Jack Dex Super Baby genau richtig ähm fand ich den zweiten deutlich besser als den ersten von The Incredibles ja das ist ja Incredible ja nicht schlecht gemacht hier na gut Andi ja gleich mal die absolute low hanging fruit und zwar Terminator 2 ja da ist er na komm den haben wir doch alle la 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 so jetzt müsst ihr alle eure Listen umschreiben weil der blöde Wasch hat ihn gebracht ole ole aber ich dachte mir die Chance wir machen mal eine Top 3 heute die lasse ich mir nicht nehmen ja es ist einfach so es ist einfach immer noch so der Actionfilm an den man denkt wenn man sagt Actionfilme der 90er Jahre weil es halt der ist der noch mit Hand gemachter Action und Schwarzenegger wo er wirklich noch ernst zu nehmen war als Terminator und nicht so inzwischen eine Karikatur seiner selbst wie in hier was weiß ich Terminator Deepfake genau Darkfraid ja 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 genau ja ist halt ne braucht man gar nicht diskutieren also absolut hab ich auch auf der Liste gehabt Naturgesetz ganz genau ja finde ich finde ich auch allerdings muss man auch dazu sagen genauso wie bei Toy Story Incredibles der erste Teil ist halt auch einfach echt gut also der erste Terminator ist auch richtig richtig geil aber der zweite ist halt einfach Perfektion Handwerksperfektion alles alles an diesem Film ist einfach makellos ja muss man sagen ich hab neulich mit meiner Chefin gesprochen übrigens über Lieblingsfilme und dann sagte sie Terminator und ich so what das fand ich halt voll krass dass sie da so einfach so Terminator rausgehauen hat vor allem dann auch so Terminator 2 Terminator 2 bester Film aller Zeiten und ich so alles klar und sie ist so ne kleine zierliche sag ich mir so okay okay cool 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 Respekt ja would you marry me ja genau ja genau ähm gut ja dann nehm ich einfach auf meinem Nummer 2 Blick die nächste Longhanging Fruit nämlich Star Wars sowohl Episode 5 als auch Episode 2 je nachdem wie man wie man rechnet scheiße mir bringt meine Liste gerade weg hier ich wollte schon noch die Diskussion aufmachen ob das eigentlich ein zweiter Teil ist wenn er noch eigentlich Episode 5 heißt nein das ist ein zweiter Teil ja aber genau aber Episode 2 ja dementsprechend dann auch also in fast die also außer in der letzten Trilogie war der zweite eigentlich immer der bessere ähm und ja so ja so ja so bricht halt die Liste ein ne ich glaube da brauchen ja warte mal Hertha wir machen hier früher Feierabend heute mach schon mal das Essen heiß richtig ja gut ja okay also das ne so ja ja viel Spaß danke ja also ich hab noch zwei ich hab noch zwei die ihr glaube ich nicht habt ich ich hab auch noch zwei im Fundus über die ich sprechen kann äh mal gucken aber ich 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 bei einem glaube ich dass ihr ihn nicht nennen werdet ähm weil ich glaube das ist schon sehr persönlich ähm bei dem anderen ich hau ihn raus äh Tron Legacy äh da gab es ja den ersten Tron in den frühen 80ern was schon ein wirklich guter Film war nein war er nicht also ich fand ihn schon gerade also dazugegeben jetzt von der Kriegtechnik damals im historischen Aspekt musst du mal sehen also ich als kleiner Junge für mich war das Space echt ja aber stinkend langweilig dieser Film ja aber allein diese Grafik alter ey hast du ja ja 64 und dann siehst du auf einmal so hammergeile Grafiken und die fahren dann mit Motorrädern durch die Computerchips ja dann kam Tron Legacy der einfach dann ja äh auch tatsächlich 20 Jahre später anschließt ähm super modern ist eine richtig gute Taktzahl hat tolle Action tolle Spezialeffekte weiter dieses Computerthema äh aufrechterhaltend das ist schon eine wirklich gute Fortsetzung Tron Legacy das ist ein guter Pick und großartiger Soundtrack natürlich dank Daft Punk kommt ja auch noch mit hinzu das ist ja das ist das ist wirklich ein sehr guter Pick da bin ich da bin ich sehr zufrieden mit ähm ich such mir gerade noch was Neues ähm Mist 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 ja ich nehm mal okay ja okay ja ich glaub ich glaub den nehm ich dann okay Andi ist aber jetzt achso was ich wollte kurz zu Tron ähm Tron Legacy find ich was so ganz spannend ist Tron Legacy ist ja eigentlich das gleiche wie der erste Tron damals nur halt in der neuen in einem neuen Jahrzehnt oder sozusagen ne in einer neuen Zeit erzählt weil ich glaube dass Tron Legacy in einer ähnlichen Art und Weise altern wird wie der erste Tron dass man den in 30 Jahren guckt und sich so denkt ja schon coole Effekte aber ähm und es ist quasi weil der funktioniert nach demselben Schema und so wobei man auch sagen muss dass der handwerklich teilweise auch so gut ist also ähm an den Spezialeffekten und dem Soundtrack und so mal vorbei wie gut diese ganzen Realfilmszenen eigentlich gefilmt sind in diesem Film ist halt echt äh bemerkenswert also wie dieser junge äh wie heißt denn nicht Flynn weil Flynn ist ja der alte ähm Sam wie er dann einbricht in dieses Encom Gebäude und dann mit seinem Motorrad nachts irgendwie durch keiner was das Detroit oder so fährt oder Chicago unfassbar gut gefilmt also guckt euch das unter dem Aspekt nochmal an so was Cinematography angeht und so also echt echt richtig gut wenn wir dabei schon sind bei Tron äh kurze Empfehlung an die Gamer oder auch nicht Gamer äh das Spiel Armagedtron ähm was im Grunde so ein Spielfeld also im Grunde dann dieses Motorcycle in der Arena dieses Motorcycle baut virtuelle Mauern auf und keiner darf da rein brettern ähm quasi dann äh ja als Spiel darstellt so so oder oder Snake sozusagen Snake ja geil Snake im Multiplayer Snake im Multiplayer ich hab das äh früher sehr sehr viel gespielt und das macht super viel Spaß weil man eben einerseits diese Dynamik und Geschwindigkeit hat äh von von diesen schnellen Motorrädern ja aber das sieht ja auch Altbacken aus es sieht Altbacken aus es ist tatsächlich gibt's das das ist ein Spiel von 2001 läuft heute aber immer noch und macht tatsächlich mega Spaß und kann man auch übers Netz im Multiplayer spielen übers Internet ähm falls man da mal das so mitmachen möchte ähm sehr cool wobei ich überlege mir galt warum gibt's eigentlich kein Spiel das wirklich dieses Motorcycle Race ist das wirklich ein Wettrennen ist sag ich mal mit Hindernissen was in der Grafik weil das könnt's ja bringen heutzutage was in der Grafik von Tron Legacy aufgemacht ist also richtig geil für PS4 mit diesem weißt du mit diesen flüssigen Barrieren und alles das könnt's könnt's auch mega so ein so ein Wipeout Killer quasi machen tja oder so Lightcycles vermutlich Lizenzprobleme ich hab vor kurzem bei den Rocket Beans so ein Speedrun gesehen ähm in der Speedrun Dahle und da war auch irgendwie ein ein so Prince of Persia Prince of Persia ähm Spin-off in Intron Legacy Optik wo man auch so geschicklichkeitsmäßig quer durch die ganzen futuristischen Welten laufen muss und da war's dann auch dass ähm im Grunde das auf den Markt geschmissen wurde Fehler hatte und dann aber von Disney aufgrund ich glaub tatsächlich von Lizenzbedingungen äh wieder fallen gelassen wurde und so noch schnell wieder im vom Markt verschwunden ist ich glaube tatsächlich es hat so Lizenzthemen leider mal wieder hm na gut dann muss man das wohl so hinnehmen ne na gut dann ist jetzt Andi mit seiner Nummer 2 dran Gott wir sind bei der Nummer 2 ernsthaft Quatsch oh Tatsache ja das Gefühl die Liste ist gleich zu Ende auch nochmal so ein Ding wo man jetzt sagen muss der zweite Teil war einfach auch der beste der Trilogie und zwar The Dark Knight Batman Begins war schon gut aber The Dark Knight ist einfach das Ding das steht mittendrin das ist der Monolith an dem müssen sich alle messen und The Dark Knight einer der besten Filme ever finde ich und deswegen The Dark Knight besser als der erste Teil kann ich nachvollziehen kann man nehmen kann ich verstehen kann man nachvollziehen ja gut dann bin ich jetzt wieder ne ich nehme jetzt gerade spontan nochmal mit reingenommen nachdem hier die Listen anfangen zu bröckeln ich nehme rein Star Trek der Zorn des Kahn weil der erste Teil Star Trek The Motion Picture war einfach mehr so ein 2001 Odyssee im Weltall aber mit Kirk also so wahnsinnig moody und düster und komisch und eigentlich auch kein richtiger so Adventure Film sondern wirklich mehr so ein so ein so ein so ein philosophischer Stimmungsfilm eigentlich und extrem awkward und dann kam halt Star Trek 2 der Zorn des Kahn und auf einmal hat es halt so einen richtig coolen Abenteuerfilm und einfach funktioniert einfach viel besser ich ich sozusagen habe sehr viel Respekt davor wie man diesen ersten Star Trek Film gemacht hat und dass man sich das getraut hat das Ganze auf so eine interessante Stimmung zu bringen was so sehr reminiscent auch von der von der alten Serie war und so aber dann hat man muss man ganz ehrlich sagen Star Trek 2 funktioniert einfach viel besser als Film der ist einfach viel runder der macht viel mehr Spaß der ist halt wie gesagt ein Abenteuerfilm der hat ein gut definierte Struktur endet sehr dramatisch mit mit einem der Hauptcharaktere die sterben und so also schon schon insgesamt muss ich sagen eine bessere Fortsetzung unterm Strich auch wenn ich sehr viel Respekt für den ersten Teil habe ja okay ja sagt dir nichts aber nein ganz genau aber dann bist du jetzt dran mach es besser ich ja ach shit ich bin schon wieder dran fuck ja ich weiß nicht ob ich dafür ob ich mir damit Freunde mache auf jeden Fall nicht wenn das schon so anfängt aber ich fand den zweiten Teil von Alien wirklich besser als den ersten ja das ist was was ich also ich verstehe und ich erkenne auch an wie handwerklich gut der erste Teil ist und dass dort auch eine eine Frau quasi das muss man auch wieder in der Zeithistorie sozusagen im Zeitgeist sehen dass eine Frau da quasi als als Hauptdarstellerin als resolute Hauptdarstellerin als Kapitänin quasi sich hervortut das macht Alien 1 schon sehr gut was ich was mir aber am zweiten Teil deutlich besser gefiel du siehst halt die Gegner Testorongeladene Geballer ja so ein etwas du siehst du siehst halt mehr auf mich hat tatsächlich ich meine ich habe Alien auch erst vor wenigen Jahren gesehen das heißt auch eben nicht irgendwie deutlich jünger oder irgendwo eben in der entsprechenden Zeit sondern auch erst so in den sehr späten 2010ern und da hat diese Psychofaktor von Alien hat bei mir nicht funktioniert vielleicht liegt es auch daran dass ich ihn natürlich auf dem Fernseher gesehen habe dass du nicht so drinnen warst und der zweite Teil du siehst die Aliens es gibt mehr Konfrontation es gibt mehr Action tatsächlich hat mich mehr mitgenommen im positiven Sinne ja also interessant also ich ich hätte vor ein paar Jahren dir da glaube ich zugestimmt allerdings finde ich muss man das so ein bisschen differenzieren eben und ich glaube das tust du auch indem du sagst ich weiß nicht ob du dir da Freunde mit machst die Filme sprechen sehr viel über das Film oder verraten einem sehr viel über das Filmverständnis der jeweiligen Regisseure das ist in jedem Alien Film tatsächlich so bisher gewesen und der erste von Ridley Scott ist halt einfach sehr stimmungsvoll extrem klaustrophobisch handwerklich eben so wie arbeitet man mit Kamera die Furcht vor dem was man nicht sieht ist größer als die Furcht vor dem was man sieht und solche Geschichten das macht er halt wirklich sehr sehr gut und James Cameron geht halt mit dem zweiten Film rein und sagt so pass auf das ist jetzt Terminator mit Aliens und überall hast du halt blank polierten Stahl und Muskeln und dann denkst du so okay das ist halt so True Lies und diese ganzen diese ganzen James Cameron Action Dinger so das ist genau dieser Film also du 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 merkst einfach diese Handschrift von dem Regisseur in diesem Film ich halte beide Filme für gleich gut aber abhängig davon was man halt sucht in so einem Film oder was man von so einem Film möchte ist der eine oder der andere halt stärker zu gewichten weil wenn du jetzt sagst hey pass auf welches ist der geilere Actionfilm dann ist es ganz klar Alien 2 aber wenn du da dran gehst und sagst okay was ist eigentlich der handwerklich feinere präzisere Film also mehr so das Skalpell dann ist es halt Alien 1 ja da würde ich sogar zustimmen ja genau und und da ne das ist halt einfach eine Frage der inneren Herangehensweise was erwartet man von diesen Filmen eigentlich ähm ich muss sagen ich fand Alien 2 extrem lachhaft als ich ihn das letzte Mal gesehen hab obwohl der als Actionfilm schon funktioniert und auch echt gut gemacht ist aber da gibt es diese eine Szene wo ich mir dachte okay komm jetzt reicht's aber wo diese eine Vasquez heißt die ähm diese eine ähm Marine Truller in die also so vor der Kamera steht und diese Minigun aufhebt die sie so mit beiden Händen so nehmen muss und die dann so so wegdreht von der Kamera und jeden Muskel in ihrem Körper anspannt dabei und und dann so dieser kalte Stahl von diesen Knarren so in der Kamera so blitzt und ich mir so denke alter komm das ist doch das ist doch einfach Gunporn was du hier machst das ist doch einfach also es ist so schlecht ich fand das so dumm das war so so das hat so so getrieft an so ja Pseudo ne nicht Pseudo sondern so an diesem an diesem altertümlichen Heldentum und 80er Jahre Action und speckige Muskeln und so fand ich total lächerlich aber ähm aber es ist ja James Cameron cool na gut Alien 2 ist gebongt ja äh äh Andi äh ne doch Andi ja ja bei mir ähm geht das auch so ein bisschen in die Richtung wie es gerade bei Phil ist so dass man sagt der Alien ist ja eigentlich so ein bisschen subtil aber mir hat eigentlich der zweite Teil besser gefallen und zwar 28 Days Later fand ich nee halt 28 Weeks Later fand ich besser als 28 Days Later der hatte ein bisschen mehr Action da ging es ja wirklich um eine Familie die irgendwie versucht sich da durch London durchzuschummeln ohne dass sie der Zombie Apokalypse anheimfallen beim ersten Teil da ging es ja darum dass eine Person aus dem Koma aufwacht und auf einmal das Krankenhaus komplett leer ist weil alle der Zombie Apokalypse anheimgefallen sind und ich fand den zweiten Teil einfach deswegen besser weil es ein bisschen mehr Drive hatte der erste war eher so dieses Verbarrikadieren und nicht auffallen und beim zweiten mehr Renn um dein Leben fand ich cooler okay okay interessant kann man machen also wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei Alien genau vom Anspruch ja richtig wenn man jetzt so einen Film sucht mit einer unbekannten Gefahr wo es nicht die ganze Zeit um blutrünstige Sachen geht dann ist der erste Teil natürlich auch cool also er hat schon seine Berechtigung weil er echt eine sehr krasse Stimmung erzeugt auf einmal so Londons Straßen total leer gefegt und du denkst dir was ist denn hier los das macht auch was mit einem aber so ein bisschen so der Action Charakter wie bei Alien 2 dann auch hat mich ein bisschen mehr mitgerissen damals ja kann ich verstehen ähm ich nehme für meinen Platz 4 äh eine Fortsetzung die quasi das Gegenteil von dem macht was die beiden vorherigen Picks von euch machen nämlich das Ganze sozusagen wieder ein bisschen runter zu kochen nicht einen drauf zu setzen sondern sozusagen einen wegzunehmen was in meinen Augen zu einem besseren Film geführt hat nämlich 10 Cloverfield Lane ähm ja hab ich auch überlegt aber nee doch weil der erste Teil der war halt ne J.J. Abrams Mystery Box und Monster Film und am Ende bin ich so aus dem Kino gegangen und dachte mir so ja ist jetzt auch kein besonders geiler Film also es war halt so die ganze Zeit weglaufen vor irgendwie diesem Monster und dann siehst du es irgendwie und irgendwie fand ich es also ich fand das Marketing für den Film viel interessanter als den eigentlichen Film und dann aber kam 10 Cloverfield Lane und dann ist das so ein Drama das in einem Bunker spielt also da sitzt du da sitzt du 90 Minuten lang und schaust zu wie äh wie heißt sie denn äh Kate Kate Waterson ist das ihr Name keine Ahnung kann ich nicht sagen ja aber nee ist nicht ihr Name aber egal sie und John Goodman wie die da sitzen und das und du das Gefühl hast boah ich trau dem Braten nicht das ist hier alles falsch und hält er die ist er wirklich eine Alien-Invasion hält er die hier nur fest ist er geisteskrank oder hilft er ihr oder das ist so die ganze Zeit dieses Spannungsfeld und ich fand den so cool anzusehen weil also zum einen weil diese diese Dynamik zwischen den zwei Charakteren sehr gut inszeniert war zum anderen aber auch weil das echt Mut erfordert in so einem Franchise zu sagen hey pass auf wir entfernen uns jetzt komplett von dieser Alien-Invasion und wir machen jetzt einfach ein kleines Kammerspiel das in einem Bunker spielt während einer Alien-Invasion mega krass also mega mega mutig und mega interessantes Konzept deswegen mochte ich 10 Cloverfield Lane viel mehr als Cloverfield und der dritte Teil hat es dann ja wieder total verkackt total verkackt der dritte war wirklich wobei das Gute war ja nur wirklich wie heißt er John Goodman das ist ja wirklich mal so eine ernste Rolle von ihm ist eigentlich kennt man ihn immer nur so als den lustigen Dicken von Roseanne oder auch hier in Argo wo er auch immer so der gemütliche Dicke ist und hier ist er dann auf einmal so einer so zwielichtiger Typ und du weißt nicht ist das ein Guter ist das ein Schlechter da konnte er mal zeigen dass er wirklich was auf der Pfanne hat voll nicht schlecht voll ja deswegen das ist mein Pick für den vierten Platz Phil gehen einem die Sachen aus ne ja tatsächlich es wird dünn also ich hab auf meinem Nummer 5 muss ich nochmal sagen Nummer 5 hab ich was das nehmt ihr garantiert nicht deswegen bin ich jetzt total fein raus ja und schicken das Liste 2 genau kennt ihr nicht genau ja meine Liste ist aufgebraucht ich hab jetzt eine noch nachrücken lassen wo ich wo man drüber zumindest sprechen kann wo ich aber nicht sagen würde der ist besser aber er ist mindestens genauso gut ah ok ähm das ist nämlich Paddington Paddington 2 ja hab ich hab ich gehört dass der ganz gut sein soll große Filmkunst ja also Paddington 1 war schon mega süß und lieb und fantastisch und so etwas und der zweite Teil wo Paddington jetzt im Grunde ja ein Teil der Familie ist und im Grunde ja der in dem Film des Diebstahls bezichtigt wird und dann auch noch versucht irgendwie das Haus seiner Familie zu retten und sowas ist halt auch ein super süßer Film der sich nahtlos irgendwie in den ersten Teil einreiht und diese diese Fantasie und dieses Verspielte und dieses halbreale halbrealwelt halb Traumwelt auch weiterhin ganz toll verbindet und ist wirklich ein großartiger Film ich hätte ihn jetzt nicht aus freien Stücken sofort auf diese Liste genommen aber es war auf einer sehr kurzen aber dann doch auf einer Nachrückerliste und die musste ich jetzt in Anspruch nehmen die Shortlist ja ja Paddington 2 halt damit bin ich raus jawohl ich hab gewonnen jawohl geil endlich mal damit können wir jetzt endlich aufhören mit den Top 5 damit ist das für ein paar ich hab in das Liste 2 geguckt ihr habt Phil durchgespielt ja eben genau im Phil durchgespielt ja genau ok Paddington 2 schreiben wir so auf ja geil Paddington 2 ok dann Andi what do you got ja das geht bei mir auch so in Richtung von Phil auch ein Film wo man jetzt wo ich jetzt nicht sagen würde er ist unbedingt besser als der zweite aber es gibt ja nun auch Filme wo man sich freut dass der zweite Teil zumindest von der Qualität her so gut ist wie der erste und das war bei mir zum Beispiel bei Trainspotting 2 der Fall das fand ich eigentlich schon eine sehr coole Sache dass ein Film der ja der erste Teil porträtiert ja Leute so am Anfang der 20 mit ihren Anfang der 20er jetzt sind die alle schon richtig erwachsen sind gesettelt sind Mitte 40 und dass der Film trotzdem irgendwie so es schafft diesen Spirit von Trainspotting 1 zu transportieren aber die auch zeigt dass die Menschen komplett andere sind das fand ich sehr gut also der hat sich sehr schön eingefügt auch wenn er 20 Jahre später gemacht wurde das muss man auch erstmal schaffen nach 20 Jahren nochmal einen Film abliefern der doch so den Spirit des ersten Films wieder so einfängt fand ich sehr gut ja kann ich aber verstehen ja also du hast es gerade gesagt also ich kann mir nicht vorstellen dass der wirklich ich habe ihn nicht gesehen aber ich kann mir nicht vorstellen dass der wirklich besser ist aber gut du hast es ja aber auf alle Fälle im Sinne von eine sinnvolle Ergänzung es gibt ja Filme wo du dann denkst ja hier nochmal Cash Cow Melken und es gibt langsam 5 in Moskau ole ole aber das hier ist einer wo man dann wirklich denkt okay nachdem du das dieses ganze Chaos da gesehen hast diese koksenden und Junkie Heroin spritzenden Schotten 20 Jahre später zu zeigen was ist denn aus denen geworden und dass du siehst manche haben den Absprung geschafft und manche nicht fand ich gut da fand ich war es echt nochmal einen Film wert zu sagen okay komm wir rufen die ganze Crew nochmal zusammen 20 Jahre später machen dann nochmal einen Film der dann auch wirklich seine Berechtigung hat da fällt mir übrigens noch ein Film ein also ihr seid durch mit deinen Listen oder was jep genau geil tatsächlich habe ich auch na gut ich hatte noch einen aber also das ist jetzt nicht mein Pick aber ist mir gerade eingefallen bei Trainspotting weil das so eine so eine Halbfortsetzung ist aber eigentlich auch sehr gut funktioniert als Fortsetzung auch wenn die Charaktere also die Schauspieler andere Charaktere spielen aber quasi von wegen den Spirit fortgesetzt und so weiter ist wilde Kreaturen sozusagen die Halbfortsetzung zu entfischen am Zwander ah ok genau ok kennt ihr kennt ihr nicht kennt ihr nicht ne ok also auch mit John Cleese Kevin Kline und Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis ja genau da ist sie wieder und die spielen quasi andere Charaktere und so aber der Film hat halt trotzdem so einen ähnlichen Spirit er ist nicht ganz so gut also ein Fischland Sonder ist halt einfach kultig geworden und wilde Kreaturen ist halt so ein bisschen over the top aber ja auch ok als Fortsetzung manche Filme schaffen das ganz im Gegenteil zum Beispiel zu reine Nervensache 2 der katastrophal schlecht ist wohingegen der erste einfach ein Traum von Komödie ist aber naja gut wir kommen zum finalen Pick oder wolltest du noch was sagen ne achso Gott ich dachte wir wären jetzt durch aber du hast noch einen ich hab noch einen ich hab noch mal einen raus und zwar da bin ich da bin ich ein bisschen stolz drauf muss dazu aber sagen dass ich da gar nicht selbst drauf gekommen bin sondern mir das eine Bekannte gesteckt hat und zwar ein Film den ich nie als Fortsetzung wahrgenommen hab sondern immer als Standalone der aber eigentlich durchaus eine Fortsetzung ist nämlich Christmas Vacation oder Hilfe ist Weihnacht sehr hallo ja Schande auf dein Haupt ja ja genau ist aber eine Fortsetzung ja weil ne ich nicht Hilfe ist Weihnacht sehr 2 sondern Hilfe ist Weihnacht sehr ist die Fortsetzung zu National Lampoon's wie heißt der Vacation glaube ich nur Wally World sag ich nur ja eben genau die schrillen vier auf Achse genau und da ist Dings eigentlich die Fortsetzung von und dann gibt es ja noch den die European Vacation die halt kacke ist genau aber Christmas ich fand die gut ja aber Christmas Vacation Hilfe ist Weihnacht ist so ein unfassbar lustiger Film und einfach viel besser als der originale Vacation ok habe ich leider nicht gesehen von da habe ich da keiner Meinung was die schrillen vier auf Achse hast du gesehen mit Wally World wo die da den Roadtrip durch USA machen um zu diesem Freizeitpark zu fahren der am Ende zu ist und man muss ja sagen auch der Remake der war ja auch sehr gut hier mit Christina Applegate ich hab da geschrien vor Lachen fand den echt nicht gut ja ok ich bin halt ein bisschen naiv ich war ich bin dein Freund des simplen Humors genau wie der den Tiger fickt ja 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 ich kenn sie doch meine Pappenheimer ja auf jeden Fall da bin ich ein bisschen stolz auf diesen Pick das das ja Christmas Vacation ja gleich gleich noch Trivia eingebaut sozusagen ja ja nicht nicht stating the obvious sondern auch mal richtig Trivia gar keine Law Hanging Fruit ich habe die Zeit genutzt und hab mal so im Internet geschaut was das denn so sagt da sind mir einige Fortsetzungen auch noch über den über den Weg gelaufen und ich schmeiß die einfach mal wir können ja mal ganz kurz sagen ob wir uns dem anschließen würden es gibt ja zig Top-Listen da draußen einige sind natürlich immer sehr persönlich geprägt aber es gibt einige Schnittmengen die immer wieder genannt werden und zum Beispiel wird Before Sunset immer wieder genannt als Fortsetzung von Before Sunrise ja dass der also wirklich eine sehr sehr gute Fortsetzung sei das stimmt etwas was wir glaube ich komplett übersehen haben sei es bewusst oder unbewusst Herr der Ringe Rückkehr des Königs besser als die Gefährten ja die die geben ja alle nix die Filme deswegen also für mich das ein großer Film ja eben ja was was mir auch einige Male über die Top-Listen geströmt ist ist die Born-Identität nein falsch die Born-Verschwörung als Fortsetzung von die Born-Identität da habe ich aber gar kein Gefühl von auch da würde ich sagen das ist so ein Gesamtkunstwerk und ich habe vor allem habe ich gar kein Gefühl von welcher Teil welcher ist ja genau so bei Spider-Man 2 der besser sein soll als Spider-Man aber wer weiß was wo in welchem Film jetzt genau abgegangen ist gleiches gleiches verspüre ich bei Planet der Affen Revolution als Nachfolger von Prevolution nee nee habe ich nicht so empfunden der erste war schon sehr gut okay und ein Film den ich tatsächlich nachholen muss und ich darauf einfach hoffe dass ich ja mit einem sehr Filmerfahrenen und einem sehr alten Sack hier im Podcast mache Tanz der Teufel 1 und 2 nee hat sich auch ganz 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 häufig wiedergespiegelt in den Listen dass der zweite sogar besser sei als der erste ja das sind so die wo ich die Schnittmengen gefunden habe und tatsächlich mit Before Sunrise und Before Sunset haben wir da tatsächlich noch was gewonnen ja das stimmt hätte es ein enden können Phil ja habe ich auch nicht gesehen steht auch noch steht noch auf der Liste tatsächlich mir die anzugucken weil die werden die ja alle um die Ohren gehauen im positivsten Sinne ja das stimmt na gut dann haben wir das einigermaßen geschaukelt beide habt verloren muss ich nur noch mal kurz sagen ja ist schon klar aber ja du ich glaube wir haben trotzdem den Anstand gewahrt ja richtig wir gehen sehr gut erhobenen Haupt das aus dieser Top 5 heraus ja das können wir das können wir durchaus durchaus so stehen lassen gut dann wie gesagt gehabt euch wohl bleibt gesund und wir hören uns wieder bis zum nächsten Mal bis dann tschüss tschau